Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, am 17. November findet bei uns in der HTL Rangweil der Infotag statt. Das ist für unsere Schule ein ganz besonderer Tag. Wir machen uns große Mühen, an diesem Tag unsere Schule euch allen vorzustellen und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr an diesem Tag zu uns an die Schule kommt. Bei den Schülerinnen und Schülern unserer Schule möchte ich mich jetzt schon für die Mühen bei den Vorbereitungen bedanken. Euer Hannes Mühlbacher Untertitelung des ZDF für funk, 2017